Wir sind hier gerade am Lidl mit dem Simon, der isst gerade sein Fladenbrot und letztes Jahr habe ich immer vor dem gemütlichen Verspeisen von alkoholischen Getränken leckere Salt und weniger Chips gegessen von Snackday von Lidl, also die Eigenmarke. Und sie waren lange weg, aber sie sind wieder da. Und ganz ehrlich, geht nach Lidl und holt euch von Snackday die Salt und weniger Kesselchips, alter. Die ätzen euch die Schleimhäute weg, aber ich sag's euch, dat is it. Dat is it. Für den Harz noch.